Erkennen, aber vorbeiziehen lassen. Hallihallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ich habe euch jetzt die letzten paar Tage so ein paar Verrücktheiten gepostet und vieles auch gar nicht mehr, wie zum Beispiel Schiff eines Milliardärs da bei Capri gesunken und jetzt berät das ganze Internet. Ja, wie konnte das sein? Am Anfang hieß es gekentert, Schiffe in der Größe, also kentern heißt, dass es sich zur Seite geneigt hat und dann hat es Wasser aufgenommen und dann ist es schlagartig untergegangen. Schiffe in der Größe können nicht mehr kentern, das kann schon mein Schiff nicht mehr, wenn da der Wind oder die Welle hineinfahren würde, dann würde es sich sehr zur Seite neigen und dann würde es sich aber aufstellen. Das hat was mit der Bootsbreite und mit dem Kiel zu tun. Was für eine Hebelwirkung oder Hebelgesetz dann stattfindet. Also die können nicht mehr mehr kentern. Dann, jetzt heißt es, der Mast ist gebrochen, das spricht dann auch wieder fürs Kentern, weil wenn der Mast bricht, dann habe ich ja hier nicht mehr diesen Hebel. Also ein Hin und Her und dann wird schon spekuliert, ob der jetzt ein guter war oder ein schlechter. Ich meine, in der Klasse, wo man sich eine Yacht um mehrere hundert Millionen zulegt, ist man jetzt nicht unbedingt ein guter im Sinne von, dass man die zweite Wange hinhält oder für die Menschen da ist. Das geht sich nicht mehr aus. Es gibt so eine Grenze bei unserem Schutzscheinsystem. Man kann da ein bisschen mitspielen, man kann da ein bisschen mitwirken, aber wenn man in der Liga spielt, dann ist man meistens nicht mehr so der Wangenhinhalter. Ich habe euch gepostet, dass Kennedy unterstützt jetzt Trump und den Gründer von Telegram haben sie verhaftet und sofort wieder werden Positionen ergriffen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe euch vor ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monaten gesagt, ihr werdet sehen, es wird immer wahnsinniger werden. Man wird immer mehr so, werden immer mehr Absurditäten entstehen. Wir haben Messerattacken, ich habe euch Kingsman gepostet. Wir haben Flugzeugabstürze mit Onkologenspezialisten, ich habe euch die 40 toten Wissenschaftler gepostet. Und das war alles vor Jahren und das hat alles einen Grund gehabt, weil diese Dinge sich immer mehr zuspitzen. Und wenn man sich so zurücklehnt und das beginnt zu beobachten, ohne zu kommentieren, eben genau beobachten, aber vorbeiziehen lässt, erhält man immer mehr so den Eindruck, da will jemand, dass wir Position beziehen, dass wir uns in dieses duale Denken hineinsteigern, dass wir unter Promis, ich habe es erlebt, wie Leute unter Promis etwas twittern und dann sind sie ganz begeistert, wenn sie eine Antwort bekommen. Und da werden sie gejubelt oder ich habe es erlebt, wie wenn jemand etwas weggenommen wird und man bekommt es zurück, dann feiert man das gleich als Sieg. Und genau darum geht es, auf diesen Bewusstseinskonflikt, dass wir lernen, die Dinge nur noch zu beobachten und vorbeiziehen zu lassen, dass wir uns nicht mehr über diese Teilaspekte ärgern oder freuen, sondern eben erkennen, dass wir das Erkennen sind und nicht das Erkannte. Und ich kann euch immer nur sagen, weil viele sagen, ich habe schon genug von dieser ganzen Information und dann schalten sie sich aus, das ist auch der falsche Weg. Man muss es beobachten, um sich zu üben in der Gelassenheit, indem, dass man erkennt, du, ich bin ja eigentlich gar nicht dieses ganze Hin und Her. Ich bin ja nicht dieser ganze Wahnsinn. Ich muss auch keine Position beziehen, zumal ich noch dazu, kann ich die wenigsten Sachen wirklich klären. Wie wollen wir klären, was der Milliardär da für eine Rolle gehabt hat oder nicht gehabt hat? Wie wollen wir klären, ist jetzt Trump, Kennedy und Maska Gurda oder nicht? Aber wenn wir uns zurücklehnen und denkt an dieses Zitat, der Schnee fällt, jede Schneeflocke auf ihren Platz, dann bekommen wir ein Gefühl. Wir können nicht erklären, wohin die Schneeflocke mathematisch fällt. Aber indem wir uns zurücklehnen und einfach nur still beobachten, erkennen wir, dass es eine Ordnung gibt, die man mathematisch nicht erklären kann, die so groß ist, aber sie ist da. Man kann sie nicht leugnen. Und genau das Gleiche soll jetzt hier bei diesem Konflikt könnten wir lernen, sollen wir lernen. Viele versuchen nach wie vor aus diesem Sich-Positionieren Kapital zu schlagen, dass man dann entweder eine Aktivismusgröße wird oder eine Systemgröße und so buhlt man dann um die Plätze. Ihr habt es erlebt, wie Leute fragen, wie viele kommen auf die Kundgebung? Und dann ist man entweder dabei oder wenn zu wenig Leute da sind, ist man nicht dabei. Ihr habt es erlebt, wie Leute bei Kundgebungen herumstreiten, wer als erster und wer nach wem reden darf. Also ihr habt es gesehen, wie tief dieses anerkannt, angenommen, ähnlich mal ein Sternchen sein, wie tief das in unserem Bewusstsein drinnen sitzt und all das gilt es aufzulösen. Und ich kann immer wieder nur sagen, geht's aus, macht's diese Ameisenarbeit. Ich mache auch diese Ameisenarbeit jetzt schon, dass ich mich mit ganz normalen Menschen zu einem ganz niedrigen Preis vernetze ihnen zeige, du, schau, ich bin mir nicht so gut, ein Häusl zu putzen, ich bin mir nicht so gut zu kochen, ich bin mir nicht so gut, um in Mist zu gehen und ich bin mir nicht so gut, um einfach hier mit euch auf dem Boot, auf kleinem Raum zu sein. Und dabei aber dann zum Beispiel kritische Gedanken entwickeln, dabei aber mit Menschen tief ins Bewusstsein eintauchen und wir hatten jetzt gerade so die letzte Partie wieder, es war eine ganz lustige Partie, wir haben viel gefeiert, wir haben Spaß gehabt, aber wir haben auch sehr intensive Momente gehabt, wo jeder über sich selber nachdenken konnte. Auch ich, ja, ich nehme mich da gar nicht raus, auch ich lerne wahnsinnig viel durch euch. Ihr wisst, der Mensch wird Mensch durch Mensch. Deswegen locker bleiben, durchatmen, den ganzen Wahnsinn, der da auf euch zuprasselt, nicht so ernst nehmen. Vor allem jetzt wieder mit dem Festnahme von Pavel. Wir haben gesehen, wie der Klub umgeht mit Leuten, die nicht nach der Pfeife tanzen. Da werden Präsidenten sofort umgebracht, Oligarchen umgebracht, aber plötzlich natürlich, der Pavel, der wird verhaftet und der weiß, dass er eigentlich in Europa festgenommen werden kann und dann fliegt er dorthin und versteht sich, es ist nur noch so eine Chance, so eine lächerliche. Aber alles gut, Lache und die Welt lacht mit dir, denkt an diese Kürzel, das sind so ganz einfache Zitate, die aber sehr viel Wahrheit ausdrücken und weiter geht's mit der Aufklärung. Alles Liebe!